Diese Klausur, kann man sagen, darf man unweitens, denke ich, auch als Chance sehen. Du machst es jetzt im Sinne eines Zurückschauens, indem du sagst, was habe ich überhaupt erlebt, eine Autobiografie zu schreiben und so weiter. Es ist natürlich auch wertvoll, diese Pause zu haben, glaube ich. Man muss aufpassen, dass man es nicht zu negativ sieht. Wichtig ist, dass es eben wie Quellen der neuen Finanzierung gibt, dass das möglich ist. Und ich denke, in der Kultur ist es ganz wichtig, du bist ja Gründer vom ganz wichtigen Kleinteater Ruzern, damals natürlich unglaublich wichtig. Jetzt ist es eines der vielen geworden, aber damals war es eine total innovative, verrückte Geschichte, die nachgemacht werden konnte. Und eine solche Geschichte ist im Moment wirklich bedroht, dass sie versinken könnte. Und da glaube ich nicht, dass die unbedingt jetzt sofort wieder Auftritte haben müssen, sondern es tut diese Institutionen wahrscheinlich gut, dass sie ein bisschen nachdenken können. Aber sie müssen finanziert sein, oder? Es muss eine Grundfinanzierung dieser Überbrückung sein. Und da können wir ja, weiss Gott, nicht sagen, dass wir das Geld nicht haben, oder? Das ist ja... Also unser Finanzminister hat da kurz, ist er verzweifelt, oder? Aber heute haben wir die neuen Nationalbankgewinne wieder. Wir haben eine Verschuldung im Vergleich zu anderen Ländern, die lächerlich ist, und so weiter. Und ich glaube, wir müssen unbedingt, jetzt ist unsere Aufgabe als Kunststaffende, ein bisschen etwas dazu zu sagen, im Sinne von, es muss ein bisschen finanziert werden. Und ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen finanziert werden.